Hallo und Willkommen zurück zu The Infected. Ja, ich habe Dach gebaut, ich habe ein bisschen umgestaut. Ein bisschen. Ich habe jetzt nämlich anstatt das hier alles, alles dahin. Und ich hatte eine Vision. Sagen wir es so, ich hatte eine Vision. Es wird sich alles noch ein bisschen verändern, weil ich hatte eine Vision. Wir werden jetzt erstmal abwarten. Ich habe nochmal geguckt, Schwarmhäufigkeit alle 5 Tage. Aber ich glaube es ist normal, dass sie erst ab dem 10. Tag kommen. Also das kann ich gar nicht einstellen. Ich habe es nämlich eingestellt, alle 5 Tage statt alle 3 Tage. Und joa. Ne? So. Da oben läuft schon wieder einer. Ja. Ansonsten hat sich tatsächlich nichts verändert. Außer, wie gesagt, ich habe gemacht. So. Okay, passt auf. Was ich machen möchte. Ich weiß nicht, wie ihr das finden werdet. Das werde ich ja dann sehen in den Kommentaren, hoffentlich. Ja, bevor ich es vergesse, die Kommentare. Boah. Als allererstes ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön an alle, die fleißig Kommentare geschrieben haben. Danke, 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 danke. Äh, war sehr schön, das zu lesen, ähm, und ja, auch für die zahlreichen Tipps, danke. Ähm, wie gesagt, danke, danke, danke. War sehr schön, das zu lesen, alles. Joa. Und, äh, mein Plan ist tatsächlich, ich, äh, will ja hier draußen, hab ich euch ja, glaube ich, noch gar nicht erzählt, will ich so eine Art Greenhouse machen. Okay. This is the plan. Warte. Komm. Die Maus, ja, klingt, aber bis hier. Ähm, hier draußen will ich überall Glas überdachen und ich hatte mir überlegt, ob ich hier eine Schmiede mache und nur hier Glas. Wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst, was ich meine. Das ist die komplette Schmiede, ich meine, das wird sowieso alles überdacht und dann so eine gläserne Front gemacht und dass ich hier Gewächshaus mache und hier mache ich, äh, Schmiede. Und, äh, anscheinend auch Holz. Ja, das werden wir alles noch sehen. So. Und das ist ja dann das Innenleben, das Haus. Our house in the middle of the street. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das noch darf. Hier mit Artikel 13 und GEMA und ach, keine Ahnung. Und ich habe keine Rechte an diesem Lied. Ich, äh, zwitschere nur gerne von mich hin. So. Oh, mir ist letztens wieder aufgefallen. Ich kann das ja wieder. Meine Stimme ist ja wieder da. Und es klingt nicht mehr so kratzig. Ich meine, ja, diese normale Kratzige von mir. Ah. Ja, das ist schön. Das ist schön wieder. Und ich sollte vielleicht den, den Typen noch einsammeln. Hm. Ähm. Und, ich finde die Sägedinger gar nicht so OP. Ich finde die eigentlich vollkommen in Ordnung. So, was haben wir bekommen? Oh, ein Aluminium. Das ist ja Minimum. Was? So, was haben wir hier? Ich habe schon keine Ahnung mehr, weil es ist vielleicht ein, zwei Tage her, dass ich gespielt habe. So, dann schmeißen wir mal Steinchen rein. Okay. Also, wie gesagt, der Plan. Der Plan ist, das hier, außen, wird alles Glas. Ja. Wir bauen das alles zu mit Glas. Links und rechts. Äh, hier, links und rechts kommt noch eine Tür hin. Entschuldigung. Schmiedeabteil. Äh, Anpflanzabteil. Das hier kommt natürlich dann auch mit hier rüber. Weil das ja mehr so... Hä? Wieso kann ich das... Ach, hm. Ja. Hm. Deswegen. Weil du doof bist, Selina. Weil du doof bist. So. Okay. So. Zack. Zack. Okay, dann haben wir das nämlich auch. Ähm, wir haben ja jetzt diese coolen Glaswände. Mit denen würde ich natürlich gerne bauen. Hier. Halbglaswand, Glastürrahmen, Glastür, Glasdeckel, Glaswand. Die würde ich den natürlich, hallo. So. Zacki, Zacki, Zacki. Würden wir das alles zubauen. Hm, hm, hm. You see? Wieso geht das nicht? Ist das zu sehr am Rand? Nee, ist das nicht. So. Hm, das ist zu sehr am Rand, ne? Schade. Schade, schade. Ich habe doch kein Problem. Das ist mal so offen. Natürlich ist das ein Problem. Verschwinden die Bretter, wenn ich das verstelle? Ah, ich muss die entfernen. Okay. Okay, dann lassen wir das. Es ist ja nur so für euch, damit ihr euch das mal veraugenblicklicht. Was? Ähm. Dann kommen hier noch die Türrahmen hin. Hier kommt ein Türrahmen hin. Finde ich viel, viel schöner, viel freundlicher, viel offener. So. Zack. Ah, ich glaube, die Halbwände sind mehr so als Dings gedacht, oder? Oder ich lasse das hier offen als Gewächshaus, und das hier mache ich aber zu mit normalen Wänden. Wisst ihr, was ich meine? Oder ich lasse es einfach komplett offen, ohne irgendwelche Glasdinger. Das wäre ja auch noch die Idee. Weil wenn die Schmiede hier steht, die raucht ja auch ordentlich. Die brauchen wir vielleicht nicht in dem geschlossenen Raum. Hm. Wir halt auch eine Überlegung werden, ne? Dass wir einfach... Dass wir einfach das so offen lassen, und das dann zumachen. Mit, ähm... Dach. Äh, nein. Nein! Stopp! Lass es! Selina, die Baukünstlerin. Nein, wirklich nicht. Hier so eine Halbwand können wir machen. Dann sind wir nämlich halbsicher. Haha, aber dann muss ich das trotzdem wegmachen. Hallo? Machst du das? Nein? Hier. Genau. Ach, komm. Okay. Nein? So. Upsi. Und dann haben wir so einen gewissen Schutz, ne? Können das ansonsten offen lassen. Ja. Das müssen wir dann alles verschieben. Äh, mir ist übrigens auch eingefallen, ich kann ja sogar schmussiges Wasser trinken. Ich muss es ja nur, glaube ich, in die Flasche füllen. Mir ist es, glaube ich, letztes... Äh, in der letzten Staffel ist mir ja öfter passiert, dass ich, ähm... ...schmutziges Wasser getrunken habe. So. Wieso bist du dusselig? Wieso steigt der Sonnenwiderstand? Ich bin im Haus drin. Hallo? What happened? What happened? Muss ich ins Wasser? Ah. Nö. Äh. Mmh. Ja. Okay. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Kann ich eigentlich auch mit dem Katana die Fische aufspießen? So, warte. Pikse. 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 Komm. Das ist fast wie mit dem Speer. Ne. Flatsch, 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 flatsch. Ne. Schade. Ich hätte so gehofft, dass das wie so mit... Na? Was guckst du? So. Gut. Hier müssen wir ja sowieso noch ne, 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 Treppe nach unten machen. Ich weiß noch nicht, ob ich den, das, 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 das Pier 1 oder 2... Kann ich noch einmal eins... Ja, ich könnte noch eins dran machen. Die Frage ist, könnte ich da dran noch eins machen? Ne. Komm, wir machen, wir machen ne Treppe hier hin. Wir machen ne Treppe. Eine Treppe. Oder Holzrampe. Machen wir auch nur eine, ja? Ja, dann geht doch irgendwie gar nicht. Lol. Naja, gut. Eine reicht ja. So, die führt uns dann ins Wasser. Und aus dem Wasser auch wieder raus. Und was brauchen wir denn dafür? Dreimal Holz scheit. Das ist gescheit. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß, Leute. Das tut mir leid. Diese Witze. Von mir sind immer richtig, richtig gut. So. Dann holen wir uns das. Ah, ich hatte keinen Sonnenwiderstand mehr. Also das ist ja, man hat einfach nur einen gewissen Sonnenwiderstand und dann wird einem schlecht. Kommen wir hier hoch? Ne, schade. Ja. Dieses Problem. So, zack, 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 zack. So, ist die hier da? Jetzt kommen wir ins Laster. Platsch, 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 platsch. Und aus dem Wasser wieder raus. Sehr, sehr schön. So. Hier draußen wollte ich ja noch einen Zaun bauen. Zaun bauen? Holz mit Rüstung. Klein. Ja. Wow. Nicht richtig. Holzbrüstung klein ist nicht richtig. Richtig. Wobei Holzbrüstung groß. So, geht auch schön über Eck. Das gefällt mir. Hatten wir ja letztes Mal auch immer Probleme mit, dass es nicht so wirklich über Eck gehen wollte. Ne? Okay. Ähm, Holzsäule. Die stellen wir natürlich... Oh, schaut her, wie schön. Komm, 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 komm. Du wartest... Ja, sehr schön. Und dann hier. Zack. Nein. Genau. Dahin, warte. Zack, zack, zack. Sehr schön. Oh, wunderschöne Veranda. Wunderschöne Veranda. Und hier machen wir das dann später auch. Ähm, hier an die Ecken. Das müssen wir beim Glasabteil dann nicht machen. Aber... Oh, schau... Schauen Sie hier, wie wunderschön. So, dann bauen wir hier da die Holzdecke noch fertig. Ähm, zack. Our house in the middle of a street. Oh, wunderschön. Hallo Welt, ich bin hier. Gut. Und dann hörst du es nur noch aus der Ecke. Und du denkst dir so, ich bin dann mal weg. So, platzierbare Gegenstände. Ich möchte gerne essen. Und dann machen wir ein Beet. Dann machen wir ein Zwiebelbett. Okay. So. So. Ich glaube, ich mache auch nur so außenrum. Wisst ihr, was ich meine? Ja, wisst ihr, was ich meine? Oder muss ich noch Lehmfarben gehen, ne? Ah. Das ist halt die Frage, wenn ich jetzt hier eine Decke drauf mache, okay? Dann wird es nicht mehr gegossen. Aber das will ich ja nicht. Ich will ja, dass es weiter gegossen wird. So. Okay, was brauchen wir hier? Ähm, acht Brett, acht Nagel. Hui. Acht Brett, acht Nagel. Ich habe keine, keine Nagel mehr. Oder was? Nein, den Nagel hat er ja eigentlich benutzt. Bretter hatte ich keine mehr, ne? So, seht ihr? Da kann ich nämlich gleich hier rein. An, äh, die momentane Schmiede, die dann später ja rauskommen soll. Sobald ich die große habe. Und kann hier schon mal nochmal ein paar Nägelchen herstellen. Weil die werde ich brauchen. So, dann kann das hier komplett weg. Dann können wir nämlich auch... Ähm, ja. Ich habe ja gesagt, ich baue nichts ohne euch. Also, genau genommen, äh... Nein, ich habe was ohne euch gebaut, ihr seht's, Mann. Da kann ich mir auch nicht mehr rausreden, so. Das funktioniert nicht. Okay, das ist das Erloschen. Das lasse ich mal erloschen. Das mache ich jetzt nicht nochmal neu an. Ähm, ich habe ein bisschen Eisen noch gebrannt. Äh, Kupfer nicht. Da müssen wir dieses Kupferding hinstellen. Müssen wir gucken, wie wir das machen. So. Ich werde halt zwischendurch immer mal gehen, äh, losgehen und, äh, hier Holz und Bretter und so farmen. Ich bin schon echt im Überlegen, ob ich das hier offen lasse. Ob ich das alles ein bisschen verschiebe. Das hier dafür offen lasse. Und, äh, hier so eine Art Treppe mache. Oder da... Dass ich halt die Holzdinger hier immer hinlegen kann. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Es ist halt jetzt draußen. Ja, also, das, äh, lassen wir nicht so stehen. Das sieht echt schön aus. Also, das sieht echt schön aus. So. Ich weiß, dass man noch das Gewächshaus bauen kann, wo das ja automatisch noch gegossen wird. Ähm. Ich muss aber sagen, das hier wird später sowieso dann eher so mein Wintergarten. Was willst du, ha? Ist doch Futter-Suche. Warte, 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 warte. Zack. Ach, komm. Vogel-One-Hit. Wieso vertreibe ich denn damit nur? Kann man den töten? Ja, ich denke immer, man kann den töten. Man kennt das. Wenn's blutet, kann man's auch töten. Mähehehe. Jetzt bist du selbst zum Futter geworden, hä? Entschuldigung, kleiner Raccoon. Mögest du in Frieden ruhen. So. Okay. Ähm. Ich hab mir überlegt, das hier verschieben wir ein bisschen nach vorne, sodass ich hier auch noch reinlaufen kann. Das stellen wir gleich alle so hin, dass ich da noch reinkomme. Weil momentan ist es ja ein bisschen doof. Weil ich da nicht vorbeikomme. Das würde ich aber gerne. Ich würde gerne in mein eigenes Haus reinlaufen können. So. Ich hab gehört. Es ist von Nutzen. So. Ja. Ansonsten, die Dinger sind jetzt leer. Wir können nur gucken, dass wir sie jetzt alle 1 cm verschieben können, damit wir dort zumachen können. Ich weiß noch nicht ganz. Achso, das geht. Das geht. Andersrum ging nicht, aber so geht. Versteh ich. Nicht. So. Ähm. Okay. So. Ran, ran, ran. Okay. Das ist maximaler, maximaler Abstand. Huch. Was schreist du so? Schreib mich nicht so an. Ich bin nicht deine Frau. Was? Schreit eure Frau nicht an. Wo ist es denn? Achso. Ich hab mir hier jetzt ein bisschen erschrocken. Nur ein bisschen. Ähm. Hier hab ich die Pfeilung wohin verstanden. Na egal. So. Haben wir eigentlich alle Bretter? Ich glaub alle Bretter, ja. Das waren ja Nägel, die uns gefehlt haben, glaube ich. Oder? Mehr Bretter. Äh. Ne. Bretter. So, die restlichen Nägel hau ich hier mal rein. Dann sind sie weg. Okay, auf jeden Fall hab ich schon mal zwei Stück. Was pflanze ich an? Leute. Ich glaube... Ich mein, ich hab ja nicht mal die Technologie für den Tisch. Also so große Sprünge kann ich jetzt auch nicht machen. Ähm. Wo waren die ganzen tierischen Sachen? Da waren die ganzen tierischen Sachen. Okay. Ich hab ja für alles irgendwie, irgendwo... Ähm. ...jetzt so einen Platz gefunden. Ne? Das hier ist alles tierische drin. Was ich so rausbekomme. Ähm. Hier ist alles so durcheinander. Ich glaub ich nehm die Melonen. Weil die halt einfach trinken geben und essen. Aber ah. Andererseits brauch ich auch Vitamine. Na komm. Ich nehm eine Swibble. Und einmal Gurke. Die geben mir irgendwie Vitamine. Und die Gurke gibt auch ein bisschen Wasser. Ach ne. Ich brauch hier noch Kohle. Kohlenhydrate. Wasser kann ich auch trinken. So. Aber gibt Melonen nicht beides? Soll ich nicht vielleicht die Melone anflassen? Ich hab aber keine... Oh Gott. Ich hab nur keine Kartoffel gefunden. Sehe ich gerade. Die sind aber auch sehr, sehr zarte Pflänzchen. Ne? Egal. Ich pflanze jetzt erstmal Melonen an. So. Beide Sorten Melonen. Ähm. Und gucke mal, dass ich den Tisch bekomme. So. Das wird ja momentan noch gegossen. Ja. Weiß nicht, wie ich damit verfahre. Ob ich's vielleicht genauso lasse. Ähm. Müssen wir mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, ob das Glas jetzt so richtig Glas ist. Und ob, ähm, da dann auch das Sonnenlicht hinkommt. So. Keine Ahnung. Wie das jetzt alles funktioniert. Ist ja alles neu. Soll ich hier noch ne Treppe dran machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Eigentlich reicht ja das aus. Aber dann jedes Mal drum herumlaufen. Der Tisch steht auch viel zu weit vorne. Sehe ich gerade. Das geht ja so nicht. Der muss alle seine Ordnung haben. So. So. Zack. Ja. Ist okay. Ist okay. Ich mach's so. Weil ich finde hier, wenn hier dann gearbeitet wird und gehobelt wird und, ne, ihr wisst selber, da ist schon, also, da wird's hier schon stickig drin. Das will man ja dann auch nicht. Wobei ich halt echt schon am überlegen bin, ob ich, ob ich, ähm, das anders handhabe. Aber ich glaube nicht. Und hier müsste ich ja das Schlafzimmer eigentlich so abmachen. Oh, das will ich aber nicht. Dann lieber so, ne? Und hier wird so ein kleiner Gang dann. Hm. Hm. Ne? Dann habe ich hier so meinen Arbeitsraum und hier ist dann so der private Spaßraum, wenn du es dort nicht meine. Also, da schlafe ich dann. Also, ich habe Spaß im Schlaf, okay? Okay. Okay. Zack. Dahin. Ja, ich glaube, ich lasse das so. Ich glaube, ich lasse das so. Ich glaube, ich möchte das so. Glauben heißt nicht wissen. Okay. Okay. Da war's, da war's, da war's, da war's, da war's, da war's. Ah, zack. So, perfekt. Perfekt. Joa, wie gesagt, dann kommt hier noch eine Überdachung. Da, ich weiß es nicht. Ich, 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 ich meine, jetzt noch ist ja okay, später habe ich ja eigentlich Wasser. So, später ist ja egal, da habe ich dann dieses Gewächshaus und dann interessiert mich sowieso nichts mehr. Ich meine, später ist später. Aber für jetzt ist das eigentlich auch ausreichend. Komm, zack. Okay. Ja, ich lasse das hier auch offen. Hier würde ich dann, äh, ehrlich gesagt, die, die Wasserbody-Sharing stellen. Äh, damit ich nicht jedes Mal nach hinten laufen muss. Und vielleicht höre ich dann endlich auch auf, äh, zu sagen. Ist aber nur eine Vermutung. Äh. So. Okay. Was brauchen wir? Zehn Eisenbahnen. Okay, wisst du was? Das brauche ich noch nicht jetzt. Weil zehn Eisenbahnen ist verdammt viel. Ich wollte Mineral-Extrahierer hier bauen. Ne? 18 Eisenbahnen schaffen wir nicht, glaube ich. So, den bauen wir mal hier direkt vor der Gebäude, oder? So, daneben hier. Zack. So, was haben wir? Wir haben fünf Schrauben. Läuft gut. So. Das sind zehn Barren. Das heißt, wir bräuchten dann immer noch acht. Aber das ist ja... Ne. Ich brauche ja Öl, um das zu beheißen, oder? Moment. Habe ich da nicht viel Öl gebraucht, damit es läuft? Ne, aber ich könnte, glaube ich, auch andere Sachen nehmen, ne? Okay, die Tech habe ich sowieso noch nicht. Stahl und Eisen... Schärft Stahl und Eisenwerkzeuge. Schleifrad. Hm. Schleifrad ist halt auch nicht... Es kostet nicht so viel. Oh, okay, Mechanikteile, sechs Stück. Ja, ich muss, äh, ich muss, ich muss, ich muss. Ah, hier, die Ölpumpe. Da bräuchte ich auch nicht den Ölsauger, weil die Ölpumpe, ne, die... Wenn er mit Strom betrieben wird, wird der Treibstoff direkt in den Mineralextrainer gepumpt. Okay. Das ist ja auch nicht verkehrt, ne? Das ist ja auch nicht verkehrt. Uiuiuiuiui, das heißt, wir haben so ein wunderschönes, hässliches Ding. Okay, passt auf, wir bauen doch jetzt den hier. Ich glaube, den kann ich auch mit anderen Dingen befeuern. Und wir müssen sowieso uns ein bisschen umschauen gehen. Gucken wir mal. Den gucken wir mal, alles. Ja, Essen habe ich jetzt. Ja. Aber ich glaube, das Schlimmste ist, dass ich den Raccoon jetzt verkommen lassen habe. Nee, nee. Es lebt noch ein bisschen was von ihm. Sehr schön. Dann können wir, äh, da. Direkt, direkt vor meiner Nase. Und ich so, äh, wo, wo, wo? Oh, okay. Rein damit. Feuer. Dann trinken. Haben wir alles, ne? Nee, zwölf bleibt übrig. Give me alone. Wo ist es? Ach, da. Es krabbelt. Oh, fuck. Äh, p-p-p-p. Was, was? Ähm. Ähm. Hilfe? Ich bin einfach kaputt gebissen. Das Monster. Habe ich das gesehen? Einfach kaputt gebissen. Nee, nee, nee. Wo kommen wir denn da hin? Ja, wir brauchen einen Kohlenhydrater. Alter, Schöter. Da habe ich mir schon ein bisschen schrückt. Alter, als Vieh ankam und es einfach kaputt gebissen hat. Einfach so. Na gut. Ähm. Es ist halt jetzt auch noch Nacht. Verdammt. Okay. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle wach? Habt ihr auch so gut geschlafen? Gut. Wir haben Tag 9. Also wie gesagt, morgen werden wir wahrscheinlich sterben. Ich hätte das einfach kaputt gemacht. Einfach so. Aber ich glaube, da ist schon ein paar Mal jemand anderes noch dagegen gelaufen. Ähm. Was ich sagen möchte, es war, glaube ich, schon angeschlagen. So. Zu der Verteidigung müsste ich das sagen. Ich hätte auch vielleicht mehr davon bauen können. Ich darf halt auch nicht vergessen, das sind zwar alles Blueprints, die hier stehen. Das ist aber noch nichts gebaut. Also kann es halt sehr gut noch möglich sein, dass die dann ankommen und mich töten wollen. Die werden sowieso ankommen und mich töten wollen. So. Das ist ihr Ziel. Das ist das, was man braucht im Leben. Hm. Ziel. Okay. Wir brauchen noch jedenfalls jetzt hinten noch eine Tür. Ja, ich weiß, dass du Hunger hast. Was soll ich denn machen? Kann mir noch nie so erreißen. Ja, gut, komm. Wir essen nochmal was von dem Guten. Bist du jetzt zufrieden? Ja, wenn du dir zufrieden bist. Gut. Ah, hier vorne wäre eigentlich auch noch, oder? Das sieht nämlich so schwebend aus. Das ist so. So. Zack. Stößt du es hier hin? Da? Nein. Nein. Das soll schon hier genau da hin. Ah, gut. Meine Pfeile. Da sieht man mal, wie schief ich die eigentlich gemacht habe. Geschossen habe. Okay. Voller Panik. Als das viel vor mir stand. Äh, acht Brett. Hab ich nicht. Müsste ich nur holen gehen. Dann holen wir nochmal schnell acht Brett. Und, ähm, ja. Eben mein M. Ich weiß, ich weiß. Es tut mir leid. Acht Brett. Das wird, Chaos wird das. Dann muss ich ja noch Lehm sammeln. Da wollte ich ja noch trocknen. Und Kartoffeln. Ich muss ja nochmal Kartoffeln finden. So. I need. I need. A Kartoffel. A Kartoffel. A Kartoffel is everything I need. Da hinten ist nochmal eine Gurke. Hier ist eine Milone. Da. Eine Kartoffel. Yay. Ja. Gut. Müssen wir mal gucken. Dass wir jetzt, ähm, beziehungsweise dass ich jetzt zwischen den Folgen, ähm, ein bisschen noch Holz farme, ein bisschen Bretter herstelle. Und wir dann nächste Folge den Garten komplett anlegen. Und, ja. Momentan kann ich ja noch hier durch, ne? Ach, ich baue das schon. Ja, das ist ja genau das, was ich wollte. Ich wollte das jetzt schon anfangen zu bauen. Richtig. Ich hab's nur vergessen, dass ich das wollte. Ja, gut, komm. Dann gib ihm. So. Ähm. Okay. Dann nicht. Da brauche ich auch dann wieder Bretter. Naja. Na gut, liebe Leute. Wie gesagt, ich werde jetzt dann, äh, Holz ran schaffen. Und so viele Sachen wie möglich fertig bauen. Wir würden dann, nächste Folge, denke ich mal, ist es dann soweit mit der ersten Nacht der Nächte. Dann, nach der Nacht, würde ich dann auch schon anfangen, die ersten Blueprints zu holen und mich umzuschauen. Achso, und mir wurde ja auch gesagt, dass ich auf den Karren auch, auch, äh, ja, Kisten legen kann. Das heißt, dann würde ich die wahrscheinlich die Kiste, äh, also die, den Karren mit mit einer Kiste, mehrere Kisten, keine Ahnung, bestücken und würde dann ins nächstgelegene Dorf fahren und gucken, was ich da so zusammenbekomme. Ne? Liebe Leute, von heute und morgen, vielen Dank fürs Zuschauen. und bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Tschüss.